Schütze! Helfe von der Mitte! Die schütze Höhme! Die schütze Höhme! Applaus Der Walter Götzinger, voriges Jahr ist er 39,37, glaube ich, er hat sich nicht verbessert, 39,27. Gratulation. 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 Super. Was ist denn ein paar Träten, oder? Und dann hoch. Ich seh schon den Lokalmann hat der Tor vermisst. Super Leistung! Super Markus! 41,45! Exakt! Feliz Titel! Super! Jetzt ist der Schöne war der Thomas! Super! Applaus Super Leistung! Erste Begratulation! Woher Ziel springt um den letzten Meter? Kaum, jeder kennt mich! Super! Super Leistung! Ja, toll! Markus Wolfram von Harnieke! 43,30! Toll! Super Leistung! Ergner Christian! Super, dass es vorbei ist! 44,10 sage ich! Verwaltliche Verbesserung zum Vorjahr! Super Leistung! Über 45 Minuten! Kälft bis zum letzten Meter! Super, Max! Nächster, Michael Leitkip! 45,12! Nitsch mit Michael! 45,58! Super Leistung! Applaus 69, Zielsprint! 159! Florian Nitsch! Super! Applaus Super! Applaus Martin Hoffmann! 47,25! Matzka Herbe kämpft! Noch ein letzter Applaus! Super! Applaus Die Damen im Teilnehmerfeld! Ganz 48,45! Geht sich auch! Super! 4 Minuten 30! Super! Herzliche Gratulation! Sehr gut! Sehr gut! Sehr gut! Sehr gut! Nächste Tag! Auf dem Namen! Ja! Sehr gut! Sehr gut! Sehr gut! Sehr gut! Nächste Tag! Baugacker! Tolle Leistung! 50,35! Nancy Johannes! Der Nächste! 51,15! Winter Oda! Heirauwein! Nur 51,20! Die Kämpfer in jeder Position! 146! 52,25! 52,25! Gratulation! 52,52! Jetzt kommt die dritte Dame! Die Frau ist schon Maria! Ewa C. Harlekin! Unter 53 Minuten! Gar unter 5 Minuten! Schmied! Herrwegen! Nummer 131! Nummer 79! 54,37! 361! Ganz locker kommt er ins Ziel! 55,7 Sekunden! Noch ein Zweikampf! Nummer 236,265! 55,35! Nummer 275,144,233! Großbruch! Gemeinsam! 56! Weil er sich ranhält! Super! Nummer 143! 56,50! Nächste Lokalmatertor von Mela C. Harlekin! Josef Pfeiffer! Vorher kommt noch die Schoen Luniga! Nummer 256! Unter 56 Minuten! Super Josef! Nummer 42! Nächste Lokalmatertor von Mela C. Harlekin! Monkey! Nächste Lokalmatertor von Mela C. Harlekin! Nächste Lokalmatertor von Mela C. Harlekin! Gellinde Schneider! Der zweite Platz von der M30, das ist der Clemens Eignam, also bitte auch am Stockerl. Und gewonnen hat die Klasse M30 der Markus Holzmann mit 41,20. Das ist ein Schnitt von 3 Minuten, 3 Minuten 49 Sekunden. Ganz eine tolle Leistung, gerade drauf, dass da so ein steiler Berg dabei ist. Das wird schon griffen nach zum Universum, denn da ist nur Spice in. Da bin dachte dazu nur, wir gehen auf, vielleicht ein bisschen Tübelin. Er war der Mann, he was a man. Genie und Partisan, fascinating man. Sie sah ihn an, he was a man. Sie wusste, dass er kann. Absolut.